Der 28. Mai ist Welttag des Hamburgers. Burger-Fans feiern heute auf der ganzen Welt ihre Lieblingsspeise. Heute zelebriert man daher den leckeren Snack und manch einer wird sich auch heute fragen, was macht eigentlich den Hamburger aus? Okay, er besteht aus drei Teilen, einem Brötchen, verschiedenen Belägen und einer Scheibe gegrilltem Hackfleisch. Egal wie und warum der heutige Tag ins Leben gerufen wurde, heute essen wir den Hamburger wohl mit noch mehr Genuss zum Ehrentag. Na dann, guten Appetit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017